Der ÖGB feiert seinen 70. Geburtstag. Seit 1945 vertreten der ÖGB und seine Gewerkschaften die Interessen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber Arbeitgebern, Staat und Parteien. In politischen Verhandlungen und Gesprächen, aber auch mit Aktionen, Protesten und Streiks hat der ÖGB für seine Mitglieder viel erreicht. Am 16. April öffnet der ÖGB seine Türen. In allen Landeshauptstädten werden verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Alle Erfolge des ÖGB können hier nachgelesen werden. www.oegb.at slash erfolge Das BFI Wien, der Marktführer für berufliche Aus- und Weiterbildung in Wien, setzt 2015 seine erfolgreiche Reihe an kostenlosen Infoveranstaltungen fort. Es gibt derzeit wohl keine bessere Versicherung gegen Arbeitslosigkeit als eine solide Aus- und Weiterbildung. Aufgrund der großen Nachfrage wird um Anmeldung unter anmeldung.at bfi.wien oder 01 811 78 10100 gebeten. Die Termine aller Informationsveranstaltungen finden Sie unter www.bfi.wien.